Buchs ist im kantonalen CO2-Ranking die Musterstadt. Die Einweihung vom sanierten Trinkwasserkraftwerk Vorderberg, rund 600 m oberhalb von Buchs, zementiert das noch zusätzlich. Buchs ist auf gutem Weg zum Energieziel 2050 und die Einweihung mit glattem Gästen, bei schönstem Wetter, darum ein Freudentag. Niklas Müller, was ist denn jetzt neu, diesem Trinkwasserkraftwerk? Ja, es ist das schmucke kleine Maschine, die hier in dem linken Teil steht. Es ist klein, aber eine sehr schöne und gefreute Anlage. Jetzt heisst es ein Trinkwasserkraftwerk, das heisst, das kann man für Stromproduktion nutzen und eben auch für Trinkwasser? Das ist richtig, ja. Bei uns würde eigentlich der grösste Teil der Maschine Trinkwasser turbinieren. Es ist nur eine, die nicht Trinkwasser turbinieren tut. Und es ist auch so, es gibt Trinkwasser, das dreimal turbiniert wird, bis es dann bei den Kunden landet. Weisst du, als Laie blöd gefragt, ist das nicht eine Sauerei? Hat es noch keine Öl dran? Kannst du fast nur trinken? Nein, das ist alles bestens so gebaut, wie es trinkwasserkonform ist. Und das tut dem Wasser auch nichts. Und ja, da schauen wir auch ganz gut darauf, dass es wirklich sauber ist und sauber läuft. Also das ist kein Problem. Jetzt hast du gesagt, ein kleines Kraftwerk. Was heisst das von der Leistung her? Das bringt jetzt neu ca. 70 Kilowatt. Es ist erwähnenswert, dass das vorher das Kraftwerk nur 22 Kilowatt brachte. Also wir haben eine recht steigere Leistung. Wie geht das? Ja, wir haben eigentlich das Niveau vergrössert. Das heisst, die Leistung oder Energie ist ja der Druck, also quasi die Höhenmeter, die man hat, und die Wasserlänge, die man hat. Und jetzt haben wir mehr Wasser und wir haben mehr Höhe. Und darum können wir mehr Energie raus holen. Zeigt eindrücklich, was man mit Technik machen kann. Mehr als eine dreifache Steigerung, oder? Das ist richtig, ja. Genau. Wie ist man auf die Idee gekommen, das so zu machen? Also die ganze Projektierung, die hast du ja dual begleitet, oder? Ja genau, das ist eigentlich etwas, was man schon länger darüber nachgestudiert hat. Weil man eben gemerkt hat, die Leitung, die die Maschine gespiesse hat, die ist über 100 Jahre gewesen. Und die hat immer wieder Probleme mit der Leckage. Und dann hat man gewusst, daran muss man sowieso etwas machen. Und dann hat man natürlich, in diesem Zusammenhang hat man gerade auch noch eben die Druckerhöhung eigentlich gemacht, damit man eben auch mehr Leistung rauskommt. Eindrücklich auch vorne, gell? Das Reservoir mit der Photovoltaikanlage darüber, das ist nach wie vor noch gleich? Das ist nach wie vor noch gleich, genau. Ja genau. Aber zusammen wirklich eine ganz gute, runde Sache, gell? Also da kann man wirklich sagen, ökopur hier oben im Berg. Das kann man so sagen, ja genau. Wir nutzen Wasser, wie wir vorhin gesagt, zweifach aus. Wir nutzen Trinkwasser, für Stromproduktion nutzen. Und eben, man schaut auch immer, dass man dann wieder die aktuellsten, neuesten Sachen einbaut. Also da hat es ein Turbinenlauferrad, wo zum Beispiel eine leistungsoptimierte ist. Und es ist auch sehr gute Qualität. Also man verbaut auch gute Qualität, dass es eben auch wieder sehr lange hält und unter dem Sprich dann wieder günstig ist. Dann gut, was bedeutet das das Kraftwerk hier für die Stadt Bux? Also es bedeutet sehr viel für die Stadt Bux, weil wir haben in der Eigentümerstrategie vom EW Bux dienen verankert, dass möglichst eine grosse Eigenproduktion in der Region bzw. idealerweise sogar auf dem Boden der politischen Gemeinde Bux stattfinden soll. Und mit dem Kraftwerk hier kommen wir jetzt wirklich im Bereich von 20-25% Eigenversorgung, wo wir insgesamt durch erneuerbare, neue Energien haben. Und da bin ich echt stolz drauf. Was mich auch erstaunt ist, vorhin hat man 22 kW, jetzt hat man 70, also Steigerung um Faktor 3. Also wenn man will und neue Technologien nutzt, kann man unglaublich viel machen, gell? Der Buxer Stromkonsument soll ja eigentlich am Schluss auch wieder etwas zurück bekommen. Darum hat man mit dieser kostendeckenden Einspeisevergütung, die jedes Kilowattstunde, die wir brauchen, ein Teil auf Bern fliesst, weil wir auch wieder etwas zurückholen. Und dort ist natürlich eine Bedingung, dass man mit den Erneuerungen der Anlagen, die man macht, auch gleichzeitig eine Nutzungseffizienzsteigerung anweisen kann. Und dann kommt das Geld zurück. Und das Geld kommt jetzt zurück. Und darum haben wir eigentlich in den letzten Jahren wirklich erfolgreich erfolgreich auf der einen Seite alles erneuern und auf der anderen Seite fliesst jetzt ins Kiffgeld während der nächsten Jahrzehnte zurück. Und das ist eine ganz gute Lösung und ist ansporn natürlich und passt eigentlich in die ganzen Bemühungen der Stadt Buxi auch. Weiterhin eigentlich auf dem Weg zur Energiestrategie 2050 natürlich ganz vorne dabei zu sein. Was bedeutet denn für dich als Stadtrat so etwas jetzt da? Das ist das Wichtigste für die Stadt Buxi, dass wir gutes Trinkwasser haben. Also nicht für den Stadtraten, sondern für jeden einzelnen Bürger ist das ganz wichtig. Das glaube ich auch immer, Ludwig, das läuft manchmal dreimal durch die Turbine durch. Hast du nicht Angst, du trinkst ein Öl dort unten? Nein, das beste Wasser, das wir haben. Immer trinke ich mal Schüler und ich muss weiter in der Werbung nicht mehr posten mit den Haarassen oder die Frau mit trinken zu behalten. Und da können wir auch trinken und da sind wir auch stolz drauf. Es ist wahnsinnig einmalig, dass man Trinkwasser hier zweimal turbinieren kann. Wenn wir uns mal die Schule sogar dreimal ansehen, das ist vielleicht fast nicht der Fall, dass es dreimal über die Turbine läuft. Also Wasser und Energie dazu. Wasser und Energie. Mal Schüler Wasser, eingeladen durch die Ortsgemeinde Hans-Peter Fitsch und Werner Schwendener. Werner, ja? Zweimal turbiniertes Mal Schüler, meinst du, kann man das auch trinken? Ich würde sagen, ja, alles ist hervorragend zu essen. Vor allem wenn es kühlend ist, ist es traumhaft. Besser, besser als ein schlechtes Bier. Und Bier, das kann ja sein, hat es auch keines gegeben, aber viele Informationen. Hier oben haben wir letztendlich Malchurl. Wenn man hier oben hochschaut, sieht man es eigentlich mit all den verschiedenen Quellfassungen, die wir haben und die verschiedenen Brunnenstuben. Dann haben wir letztendlich das Reservoir Malchurl oben. Und dann haben wir hier letztendlich, das ist das, wo wir uns jetzt befinden, nämlich das Kraftwerk Vorderberg. Hier haben wir letztendlich das Reservoir, das Trinkwasserreservoir, was auch hier oben ist, vom Vorderberg. Und hier unten haben wir dann das Tubel-Eckerli. Und auch dort wieder mit dem Trinkwasserreservoir. Und dann bis hier runter natürlich hier, zum Schluss dann ist die Anlage vom Kraftwerk Altendorf. Hier haben wir jetzt endlich den Tubelbach. Und hier sind auch dann zwei wesentliche Quellen von uns, nämlich die obere und die untere Kanon. Und auch da wurde jetzt relativ viel gemacht, was ich gleich nochmal erzähle. Mit der Erneuerung vom Trinkwasserkraftwerk Vorderberg hier, leisten wir einen wesentlichen Beitrag auch für die Energiestrategie 2050, die klar letztendlich vorsieht, dass dezentrale Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen halt erzeugt wird. Und da sind wir froh eigentlich, dass wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, mit der Sanierung oder Erneuerung des Trinkwasserkraftwerks. Wenn jetzt jeder spricht von der Kreta, sie ist jetzt gerade in New York angekommen, mit dem Segelschiff. Wenn wir retten nicht die Welt mit dem, was wir hier tun, aber wir leisten auch einen wesentlichen Beitrag dafür. Und das finde ich halt wirklich toll. Die Erneuerung vom Trinkwasserkraftwerk Vorderberg sind letztendlich drei wesentliche Etappen bisher. Die erste Etappe ist die Etappe gewesen, die 2012 stattgefunden hat und 2013 und 2014. Nämlich wir haben hier oben das Trinkwasserkraftwerk Maltschül erneuert und wir haben letztendlich das Trinkwasserkraftwerk Tobel Eckerli erneuert. 2017 war ja dann auch, als ich letztendlich nach Buchs gekommen bin und die Position des Direktors von EWU Buchs einnehmen durfte. Und das Erste, was ich gelernt habe, Markus, wir werden eine Quelle neu fassen. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut. Und? Wir müssen jetzt mal überlegen, wie der Mond steht und letztendlich die Gezeiten. Und ich habe auf einmal ein Umfeld gehabt, wo ich dachte, das kann irgendwie esotorisch, also muss das sein. Und auf jeden Fall habe ich es gelernt, es ist wichtig letztendlich dann zu wissen, wenn man so eine Quelle öffnet. Und da geht es um die Quelle Kanol, die neu gefasst worden ist. Dass letztendlich das eine Philosophie und eine Kunst für sich ist, dass die Quelle nicht versiegt, wenn man sie öffnet. Und wenn man sie neu fasst, dass sie weiter sprudelt. Und das war dann 2016, 2017, wo wir das gemacht haben. Und den gleichen Schritt haben wir dann jetzt auch, und das ist das, was wir heute letztendlich begehen, das Trinkwasserkraftwerk Vorderberg saniert. Aber es geht noch weiter. Es steht noch eine dritte Etappe aus, die für 2021, 2022 geplant ist. Wir haben hier ein gutes Tobel-Eggerli nochmal. Ohne, ohne, ohne. Da. Das geht nicht im Rapperloch. Also wir haben hier insgesamt drei Trinkwasserreservoirs. Und eines davon wollen wir letztendlich erneuern und vergrössern. Das ist etwas, was für 2021, 2022 vorgesehen ist. Buchserinnen und Buchser schätzen es natürlich, dass wir eigentlich Säbeler Wassertören fassen. Also, das ist schon wichtig, Thomas, für dich. Das Interessante ist, von diesen 19 Quellen, die es eben wie Buchs fasst, sind eigentlich alle 19 auf Gemeindesgebiet der politischen Gemeinde Säbeler. Der Grundeigentümer bei 18 Quellen ist die Ortsgemeinde Buchs. Und bei einer Quelle ist aber auch eine ergiebige, gute Quelle, ist die Ortsgemeinde Säbeler Grundeigentümer. Sehr energiebiges Quellgebiet. Vier bis fünf Millionen Kubik Wasser, die wir fassen. Und wir nutzen eigentlich die Höhe. Wir produzieren die elektrische Energie. Wir produzieren einen unterschiedlichen Ort mit dem Quellwasser. Das erste Mal ein Malschül. Das zweite Mal hier auf dem Vorderberg. Und das dritte Mal ein Tobeläckli. Und was Markus Schomer schon gesagt hat, wir haben 2012, dass kleine Maschinen in dem Malschül oben erneuern. Wir haben 2014 das Trinkwasserkraftwerk in Tobeläckli in Betrieb nehmen. Und heute wollen wir eigentlich die zwei Clinch-Maschinen einweihen. Das Trinkwasserkraftwerk Vorderberg. Anlage Tobel. Wieso sagen wir Anlage Tobel? Weil Anlage Tobel haben wir unter dem Standort zwei Trinkwasserkraftwerke. Eines, das das Quellwasser vom Tobel turbiniert, vom Quellgebiet Tobel. Und eines, das das Quellwasser turbiniert vom Malschül. Und die grosse, im grossen Gebäude-Teil, das ist eine Megawatt-Maschine. Und wenn man höre und staun nimmt, haben uns schlau gemacht, wie gross ist denn die Trinkwasserkraftwerke? Das ist doch etwas Spezielles, das ist nicht ein Oberflächengewässer, das man nutzt. Sondern das ist wirklich Trinkwasser, das wichtigste Lebensmittel. Und es ist eine Megawatt-Maschine. Und das ist etwa die dritte Grösste, haben wir herausgefunden in der Schweiz. Die dritte Grösste und das ist etwa die fünfte oder sechs Grösste. Und das ist doch speziell, oder? Mit dem Ewelwasser, wo wir turbinieren, das und das Buchs, wo ja eine kleine Gemeinde ist. Eigentlich von der Ausdehnung her, dass wir einfach so wirklich ein grosses Dargebot am Pist und Quellwasser nutzen. Genug der Worte und der Zahlen, das kann man ja alles noch nachlesen. Die Journalisten sind dann reinkommen in diesen kleinen Räumen. Daniel Gut, auch, hat er gesagt, schön, hübsch. Die letzte war aber noch rot. Mit rot hat er sicher nicht Werner Schwender in seinem T-Shirt gemeint. Auch nicht die Partei. Und dann war ich mir gespannt, was da vorne kommt. Was die kleinen Maschinen hier für Buchs alles leisten, auf dem Weg zum Energieziel 2050. Der Markus Schummer, der Daniel Gut, hat die Schleife weggenommen. Wir waren gespannt, was unten jetzt hier wirklich kommt. Wenn wir genau schauen, ein bisschen kümselt es schon. Hoppla, Inke 0, Urschlund, sie hat an. Sie ist rot. Genau das, was Daniel Gut auch letztes Mal so gesehen hat. Der Fotograf hat eine Anweisung gegeben, wie man hier stehen muss. Und dann hat es natürlich auch Applaus gegeben. Ein Spezialapplaus auch noch von Säfler. Und das war sehr sympathisch. Und dann weitere natürlich Erklärungen vom Jörg Göldi, der genau gewusst hat, wo das Wasser reinkommt, wo es rausgeht, wie es jetzt läuft. Man muss das zuerst immer einschalten. Und dann ist man immer sehr, sehr gespannt, wenn das Wasser dann einmal kommt. Es geht immer eine Weile vom Einschalten, bis es wirklich geht. Da unten kommt das Wasser rein, läuft dann da weiter. Also hochmoderne und komplizierte Maschinerien natürlich. Und immer und überall wird es auch angezeigt. Oder natürlich, wenn das Wasser kommt, wie viel es kommt. Dann viele Erklärungen, die man mit dem Lärm vielleicht nicht alle gehört. Aber ich überlasse jetzt trotzdem einmal den Originalton. Es ist einfach interessant. Und eines ist sicher, das Wasser ist gut und sauber. Wir gehen da ja das Wasser mit unteren Gemüten bestrahlen, um es absolut keilfrei zu halten. Das müssen wir machen, weil wir hier kein Kastgebiet haben. Das sieht, dass ein bisschen Oberflächenwasser dazu kommt. Und darum müssen wir das mit... Das ist eigentlich der einzige Aufbereitungsschritt, den man hat mit dem Trinkwasser. Also man gibt keine Chemie rein, nichts. Man geht einfach ins Wasser, ein bisschen in die Sonne. Mit dem intensiven Licht. Und so hält man es eigentlich peilfrei. Das passiert eigentlich da und woher. Dann geht es in die Reservare. Dann fährt er an. Und dann können wir mit gutem Gewissen in grossen Mengen Wasser trinken und konsumieren. Wenn man schon etwas anderes macht. Wasser ist etwas ganz Wichtiges. Sauberes Wasser umso mehr. Und überall wird es kontrolliert. Z.B. auch in diesem Gerätchen. Und es hat genug Wasser. Da kommt ein wenig weniger, ein wenig mehr. Aber die letzte Zeit sind die 112 Liter wirklich dauernd gekommen. Und... Wir haben dann gesagt, 350'000 Kilowattstunden elektrische Energie produziert. Und Niklas Müller hat vorhin eben gesagt, die 350'000 Kilowattstunden haben wir praktisch schon erreicht. Also... Äh... Wir stellen die 3 LB. Wir stellen die 3 LB. Ja... Also die Anlage hier bringt eigentlich mehr, das sind 350'000 Kilowattstunden. Ja... Und einfach ein wenig vergleichen, wenn 112 Liter pro Sekunde Hand Buchs braucht etwa... Also im Durchschnitt... ... etwa 40 bis 45 Liter pro Sekunde. Wasser braucht es. Also diese Anlage allein, wenn sie... den Betrieb laufen und in der Zeit viel stoppen. Viel Strom, viel Wasser. Und darum hat man natürlich auch mit Wasser und Wein angestossen. Und Wasser vereint, Buchsenseveler. Zum Wohl. Wir tanken vielmals für das Seveler Wasser. Ja, ich sehe es. Die Buchsern haben hier gute Sachen gemacht. Aber wirklich dank den Sevelern kann ich jetzt die Buchsern profitieren von dem, was sie hier gebaut haben. Aber ich denke, es ist eine gute Sache.